doch verbrüderung mit Gegner das machen wir gar nicht dass es wieder oder sind nicht so erhält man spielen nach er hat doch ohne haare man immer falsch geschrieben bei den Köln ist ja englisch alle morgen wir wollen noch so ein er wurde holle stuzen er hat der toll super auch wenn mit der gespielt Scheiße, ich bin der ZO immer nicht Stürmer. Ja. 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 Wollten wir grad sagen. Sehr schön. Und unten weiter. Oh. Genau. Unten. Sauber. Au. Nein, schlitzelt. Sorry. Geh wieder rein. War später. Sauber. Ein Fehlpass wird erlaubt, aber das war's dann. Ah, nee, der hat drauf aufgepasst. Der hat gespielt auf das. Nö, ja. Aber da kann man meistens nichts mehr machen. Ja, der war gut, der war gut, der war gut, der war gut, der war gut. Ah, verdammt. Oh, der wird gleich weitergeleitet. Dann kommt der von München. Der Hand. Hol' ich mir. Haha. Sauber. Sehr gut. Sauber. Ach. Aber hier muss man gewinnen, ich mach' mal die Ansage. Der kann in Seitenlage höher springen als ich im Stand. Boah. Also aufrecht. Und noch mal durch. Ja, um. Aha, schade. Warte so, extrem schnell spielen. Fronten zu machen, genau. Ja, es steht zum Wenden. Das hast du gut gemacht, gleich wieder nach außen gegangen. Hm. Weil dann müssen die ZDMs übernehmen. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ich laufe als ERV, glaub' ich eh nicht nach vorne irgendwie. Ich laufe als ERV. Ich laufe als ERV. Ich laufe als ERV. als würde die Welt untergehen. Boah. Ja. Ist das ein perverser. Ja. Ne, 1-1. Als ob sowas ewig passiert. 1-1 oder freut er sich nur? Hahaha. Ich bin dafür, dass Mainz immer noch gewinnen soll. Bei Dortmund soll den Anspruch haben. Oh, die hab' ich über 10. Mainz. Mainz. Mainz muss gewinnen. Mainz muss gewinnen. Jetzt. Geht's denn da bei Dortmund jetzt 1-1 oder? Ja. Geht's nur rückbämmen. Ja, seid auf Lila. Sorry. Was ist denn mit dir los? Die ist ja nur von hinten. Ist ja schlimmer als wir. Wawaw. Wie angekündigt. Das sind gute Dinge. Sehr gut gemacht, Chris. Das ist das, was ich meine. Dass wir da den Stürmer gleich zustellen. Ah, ja, ja. Oh, ey, das ist alles direkt gespielt. Ja, wenn man richtig läuft, dann kann man das auch machen. Ja, ne, war halt ziemlich gut. Fand ich. Na gut. Und dann wieder halt. Die laufen gar nicht drin. Schön. Drüberschubs. Ja. Immer durch. Ist auch drinne. Weg. Ach, doch nicht. Den hättest du los müssen. Die haben das erste Spiel übrigens geworfen. Ein Viking. Ich bin da hinten. Ich bin nicht davon. Nee, nicht los. Nee, da, da, Hans. Ich bin nicht los. Der hätte laufen müssen zu mir. Den hätte laufen müssen zu mir eins. Hm. Uh, na. Oh, der war gut. ich habe um gespielt jetzt ist mir besser nachspielen ich habe nicht gefordert, ich habe nicht gefordert ich habe aber jetzt nur auf eine Farbe geguckt ich bin kein Byte, ich bin nicht multitaskingfähig das hat mich irritiert ich spiele das jetzt zum fünften Mal ja aber nicht in die Mitte rein spielen wenn es so eng ist rechts war es einfach nicht das war doch nicht eng, aber es war ja egal Leute, Leute, Leute aufs Spiel konzentrieren jeder hat seinen Mann oben ist der Kick ich bin auf dem kurzen Platz oh, den hatte ich ich habe Legs, ey, scheiße nicht gut ok, dann spiele ich jetzt nach außen wenn denn nicht nach innen ja ja, nach außen ja gut jetzt, drücken wir schon hin hm mach mal durch ja gut, gleich jawohl, genau so muss man spielen jaja sauber Sauf genau so Zauber Ja, da geht's nicht mehr. Kuhner 2.1 für BVB Bäh, das ist der Icke Geißen! Der abgeht dort drüben, oder? Hans, komm kurz den werdet ich sehen, und geh dann wieder weg Also, ich will den Flanken rein, oder? Ja, auf kurz. Da sind zwei Stürmer. Jetzt! Oh, sauber! Super Aktion! Yeah! Jens, den muss man aufnehmen! Dann spielen wir den ein! Dann spielen wir den ein! Wir können jetzt noch machen! Ganz kurz, Hans! Jetzt! Oh, warum legt man sich hin? Schöne Halbzeit! Ja, sehe ich auch so! Also, hier müssen wir gewinnen! Ja, die sind bisher nicht so gut, aber wer weiß, ob die uns bisher nicht an Sicherheit wiegen Das sieht gut aus! Vor allem, das ist ein Gegner, den wir nicht kennen Wir müssen halt echt so weiterspielen Ja, immer schön den Ball rollen lassen Ja, immer schön den Ball rollen lassen Und hinten immer auf die Seiten raus, nicht in die Mitte Ich hab da nur hingespielt bei dir frei Ich hab da nur hingespielt bei dir frei Hallo! Ja, ja! Aber es ist halt, hast du gesehen, brandgefährlich Macht dich doch noch besser, wenn du solche Tipps kriegst Ist doch gut? Ah Ich bin jetzt so, dass ich dir jetzt deinen kleinen Dimmel abreißen will Na, ja, was? Ja, ja, dein Bett immer noch die Hälfte ist immer noch 15 Aber du insistierst natürlich, dass er klein ist Nein, nein, was denn? Es sind immer noch 5.8 cm um und hoffen nein 15 wenn er nicht für dich nein aber wenn die Hälfte weg ist es aber 15 Prozent ausdrückte Prozent er muss als ein Spaß ist ja vorher ja jetzt muss dein Kumpel aktivieren ja nur eine geile das war die beste SMS die Gesendetasse die nehmen wir doch noch nicht drei zu drei Dein roter Stengel, du. Weiter geht's. Und das ist alter Video. Das ist okay. Gecko drangehen, rangehen. Konstitution. Null. Ach, jetzt hab ich ihn. Hat er kaum, Papa Gecko. Wieder bei uns für Counter. Spielt ruhig kurz aus. Nie immer zum Mittler vor. Sehr gut. Und jetzt direkt durch. Und jetzt, genau. Ah, verraten. Aber schön gedacht. So müssen wir spielen. Jetzt eh nur drauf, einer. Jawohl. Sauber. Paul, rot. Alles gut. Das ist rot. Das ist nur gelb. Nein, rot. Das ist nur beim nächsten Mal. Na, na. Er zeigt ihm. Rot würdest du über der Anzeige oben schon sehen, links. Ja. Bin trotzdem dafür rot. Na gut. So, gib mir mal. Gib mir mal, Chris. Ja. Ich geh weg. Hans, du läufst dann auf den rechten Pfosten ein. Ja. Von rechts außen. Ich lauf hinter dir. Ich lauf hinter dir. Es geht mein nix. Auf dem linken Pfosten, ja? Auf dem rechten Pfosten. Auf dem rechten Pfosten. Ja, wir müssen den ersten Spieler wechseln. Ich lauf hinter dir, Hans. Ja. Ich stell mich da zu dir, dass die Klamm... So. Drei, zwei, eins, kommt. Und nur Gasmus. Oh, was ist das? Nicht streicht jetzt, ich finde. Das erste Mal. Vorsicht. Vorsicht. Nicht weit genug rechts. Aber es war der linke Pfosten in der rechten. Ja, ja. Ich sag ja, es war alles weit genug rechts. Oh nein. Mein Fehler. Mein Fehler. Alles gut. So ein Mädchen. Und die haben das erste Spiel gewonnen gegen das? Ja. Ja, da haben wir nochmal leichten Gegner. Lack. Haben die gegen Boltzplatz gewonnen? Geht doch nicht. Den ist halt erst recht Lack, wenn sie gegen die gewonnen haben. Nicht uns über den grünen Gelen oben. Spielen wir ruhigere Wetter. Ja, genau. Und blau. Jetzt. Sorry. Ich hätte auch ein paar spielen sollen. Ja, ich stand ja da noch. Ja. Haben wir. Pepe. Schön. Jens. Ja, ja. Ah. Bist durch. Komm, kick ihn weg. Schade. Hat er noch, hat er noch. Oh, das ist nicht hinbewegt. Ja, weh. Schau mal. Weiter. Vielleicht wurde endlich das so ganz runterspielt. Malion hat er noch gefordert. Malion hat er noch gefordert. Aber hat er noch gefordert. Ja, ich habe auch gedacht, dass er komplett nach außen spielt. Ja. Weil er hat noch gefordert. Jawohl. 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 Ja. Das muss an unserem Namen liegen. Ja. 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 Da hat FIFA sich wieder ausgesucht. Ja. Alle haben was hier auch. Nicht nur alle. Ja, aber die Hälfte geht's. Die Null muss stehen. Ja. Das hätte ich sagen dürfen. Ja. Gibt's da einen Torschütz natürlich nicht? Nein. Glaub nicht. Dann müssen wir hier die Klang aus. Das hätte ich sagen dürfen. Wir hätten sagen müssen. Ja. Ja. Gibt es. Jawohl. Sehr gut gehalten. Das ist die rechts. Okay. Okay. Ich gucke hier rechts außen zu stehen. Ach. Das kann ich nichts machen. Kommt zu stark. Und weiter geht. Und frei besitzt. Genau. Wenn der weiter fällt, ist er drinnen. Zu sehr Egon. Hm. Nicht die Mitte. Ich hätt nach außen. Ja, ich weiß. Ja. Na ja. Ich spiel das nicht so. Ist gut. Ja. Ja. Alles cool. Alles Ruiter. Keine Panik. Wir sind gut. Schön. Oh. Oh, das war super Und ein besserer Und Tor Ah, Fadam Und den, oh, den Und durch Oh, Messi-like Noch mal Harder, Harder Ja, ja Ah, Fadam Ah, Fadam Jetzt nicht mehr Wer war das? Weiß nicht Ich weiß jetzt nicht, wer raus ist Wobei, irgendeiner muss ja jetzt raus sein Wieso? Weil, grad kam Ja, aber es kann ja aus dem anderen Tunnel gewesen sein Ja, das stimmt Ja, von mir kam's nicht Ja, ich bin ja immer noch im anderen Tunnel Ja, da bin ich gar nicht mehr drin Das kann sein Ja, das reicht, wenn da zwei drin sind oder so Ah, Fadam zurück, 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 zurück Du musst dich anbieten da Ich bin ja bloße Dinge, wenn du so Das ist ganz gut, wenn er das noch sagt So Jetzt Oh, ja Ah 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 Hinten Spülmitte Um Oh nein Hinten rum Und Fäule Sehr gut, sehr gut Schöne Schweife So, machen wir nochmal ein Jo Gibst's mir nochmal Was gibst du ihm nochmal? Ist da bohrter Aber von hinten Ne ne, bist du Er ist und alle anderen nach hinten ich lobt das nach hinten ja ich sag es so nur 3, 2, 1 kommt und er kommt schade der war voll auf Kick gekommen AV ein Stück raus drücken der RV Den nächsten Morgen dann. Den Mittelfeldspieler da vor dir. Ja, ich würde den anderen da abdecken. Oh, der war schön. Ah, nee, hätte ich flachgemissen. Scheiße. Na, da war alles frei. Ja, flach wäre besser gewesen. Ja, da ich ja schnell bin und der große ist. Ja, 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 ich weiß. 3 Punkte, Leute. Sie sind da. Na, 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 noch nicht abwarten. Abwarten. Ja, ich bin außen. Na, einfach. Jawohl. Zauber. Das ist mal gut. Das ist jetzt das beste Ergebnis. Ja, ging tot zu viel. Also in dem Turnier. Können ja auch tauschen. 3, du Cheater. Naja, der hat ein Headwick gemacht. Erste Halbzeit. Erste Halbzeit. 3 Tore war super. Boah, Alter, ich hab 3 Torverlagen. Nein, ach. Ich hab auch ihn. Das war ja mal drin. Ah, nee. Naja, da probiert der andere schon zu bescheißen. Hahahaha. Ich bin jetzt mit Kaushiko. Vielen Dank.